Seit heute Vormittag veranstaltet der Görlitzer Modelleisenbahnverein die 17. Modell- und Bahnausstellung im Messepark Löbau und feiert in diesem Jahr zugleich sein 20-jähriges Bestehen. Die Hobbyschau ist die größte ihrer Art in der Oberlausitz und ein besonderes Erlebnis für alle Modellbahnfreunde, für Familien und Besucher aller Altersgruppen. Wir haben schon einmal einen kleinen Rundgang gewagt. Bis zum Sonntag ist die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet für ausreichend kostenlose Parkplätze und das leibliche Wohl ist gesorgt. Bis zum Sonntag ist die Ausstellung. Bis zum Sonntag ist die Ausstellung.